Gut, dann möchte ich direkt beginnen mit dem heutigen Event und zwar der besonderen Natur. Ich freue mich sehr, sehr, dass wir heute direkt nach den deutschen Forex-Meisterschaften das Webinar anschließen, um hier ein Stück weit Einblicke zu liefern rund um das Thema eben des Forex-Handels. Ich freue mich, dass wir da heute als Team da sind. Team, was bedeutet das? Da können wir gleich durchstarten insofern, dass wir direkt mal den nächsten Slide aufführen. Und zwar haben wir da hier direkt die Verbindung zu dem, was das Ganze ausgezeichnet hat im letzten Monat. Ihr werdet es wissen, ihr habt die Einladung bekommen und wart sicherlich auch dabei, nämlich hier eben die deutsche Trading-Meisterschaft. Und da haben wir heute den Jan Zagel auch zu Gast, unterstützt von Julian Strotz sozusagen als Moderator. Und das Ganze im Rahmen dessen, dass wir hier vier Wochen Forex-Trading dargestellt haben. Wenn ich sage wir, dann geht es natürlich hier um die Company, die deutsche Trading-Meisterschaften initiiert haben. Und natürlich aber auch um JFD, wir als Marktzugang sozusagen für euch. Und ich hoffe, ein jeder hat da auch entsprechend partizipieren können, Erfahrungen gesammelt. Natürlich auch ein Stück weit vielleicht in eine bislang unbekannte Materie geschaut. Und darum geht es ja am Ende des Tages, dass man eben Erfahrungen, die man sammeln kann und sollte, eben sich auch weiterentwickelt. Und insofern ist das Webinar heute natürlich auch ein Segen, weil wir hier den Gewinner des heutigen Webinars an den Start bringen, der sozusagen, ja, unglaublich starke über 300 Prozent in diesen noch nicht mal ganz vier Wochen eben absolviert hat. Jan Zagel seine Zeichen und er wird sich auch gleich vorstellen und eben wir hier als JFD an den Start gehen im Rahmen des Marktzugangs. Und gleich vorab natürlich hier der Riss-Disclaimer, die Regulatorien setzen das voraus. Ihr wisst selber, dass alles das, was wir hier ansprechen, natürlich klarerweise keine Handelsaufforderungen sind. Jeder auf eigenes Risiko handelt und sich dessen bewusst ist und auch bewusst sein muss, dass das natürlich hier die höchste Spekulationsstufe ist. Deswegen auch die unglaublich starken Renditen und an jeder, der natürlich den Forex-Handel liebt, wie ich selbst an der Stelle, Chris Kemmerer mein Name, der eine oder andere wird mich auch schon kennen. Ich will aber gar nicht so sehr stark darauf eingehen, sondern vielmehr eben auf das, dass man bei JFD selbst eben auch ein ganzes Multi-Asset-Universum vor Augen hat und handeln kann. Am Ende des Tages ist natürlich auch Diversifikation Trumpf und ob das zum Beispiel Jan Zagel gemacht hat in seinen Tradings, das wird er uns heute ein Stück weit beweisen und insofern werde ich jetzt mal hier die Connection übergeben. Ich schalte erst mal das Mic für den Jan kurzerhand frei. Jan, guten Morgen an der Stelle. Sei willkommen. Ja, einen schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen an alle Teilnehmer, die hier bereit sind, so viel aufzustehen und sich die Zeit nehmen. Das ist, denke ich, eine super Möglichkeit, wo jeder ein bisschen von profitieren kann. Super, Jan. Dann machen wir es gleich so. Ich schalte auch gleich den Julian dazu, wie gerade angekündigt, denn es geht ja schließlich darum, dass wir hier eine Interaktion starten. Jetzt muss ich mal sehen, dass wir das Mic anschalten vom Julian. Jan, darf ich dir gleich den Bildschirm auch rübergeben? Ja, darfst du sehr gerne machen. Super. Also dann nicht wundern, wenn wir sozusagen jetzt den Bildschirm wechseln. Da kommt gleich die Abfrage, Jan. Und dann kannst du direkt auf deinen Bildschirm verweisen und dann kann es auch schon gleich losgehen. Julian an der Stelle, deinen Mic kann ich selbst momentan nicht aktivieren. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich ziehe dich auch mal in den Moderator-Status rüber beziehungsweise würde das Mic gleich mal anschalten. So. Mal schauen, dass das hier rund läuft. So, Jan, du bist zu sehen. Dein Bildschirm ist da. Slides sind am Start. So, jetzt müssen wir nochmal hinbekommen, dass der Julian auch sozusagen zum Aufheben der Stummschaltung. So. Dann würde ich sagen, Julian, du kannst gleich loslegen. Wunderbar. Das sieht doch super aus. Vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite hier als Vertreter für die Deutschen Trading-Meisterschaften mit dabei. Ich freue mich sehr, dass wir heute alle zusammen nochmal kurz auf die Meisterschaft zurückgucken können, das Ganze ein bisschen Revue passieren lassen können und natürlich insbesondere uns mit Jan auch an der Stelle nochmal unterhalten können. Er nochmal ein paar Einblicke in sein Trading während der Meisterschaft und seine Strategie im Allgemeinen gibt. Und ich denke, es wäre wahrscheinlich am einfachsten, wenn wir einfach direkt loslegen, vielleicht das Ganze einfach ein bisschen mal aufbrechen, uns anschauen, was Jan vorbereitet hat. Und dann im Nachgang nochmal ein kleines bisschen, wenn die Zeit noch da ist und wenn wir nicht allzu viele Fragen haben, ein kleines bisschen auf die Person hinter dem Ganzen gucken. Ich denke, dann haben wir das Bestmögliche aus der kurzen Zeit, die wir uns heute Morgen gemeinsam nehmen, gemacht. Jan, willst du direkt mal einsteigen und einfach mal kurz ein bisschen durch das führen, was du im Allgemeinen als Handelsstrategie für dich gewählt hast und wie du die Meisterschaft angegeben hast? Ja, kann ich sehr gerne machen. Das ist grundsätzlich das, was ich hier vorbereitet habe. Ein bisschen allgemeiner Einblick in meinen eigenen Handel, worauf der basiert und dann natürlich welche Strategie oder welchen Plan ich mir gemacht habe für so einen Wettbewerb unterscheidet sich natürlich ein bisschen vom eigenen privaten Handel. Und dann habe ich einfach die paar Trades, die ich im Rahmen der Meisterschaft gemacht habe, hier mal in eine PowerPoint eingearbeitet. Ich nehme an, dass gerade die Executions, die Ausführungen, das, was dann schlussendlich am Chartbild bestehen ist, genau der Inhalt sein dürfte, der die meisten hier interessiert. Nicht unbedingt diese 318% als Zahl, sondern natürlich, wie man zu diesen 318% gekommen ist. Jetzt habe ich hier so eine kleine Vorstellungsleitung meiner Person nicht gemacht. Ich werde mich hier ganz kurz selbst vorstellen. Ich kann es gar nicht sagen, das ist jetzt schon mal aufgekommen. Ich bin 19 Jahre alt, beschäftige mich schon ein paar Jahren mit Trading und schlussendlich kommt das Ganze dann zusammen in diesen zwei deutschen Trading-Meisterschaften, in denen ich ganz gut performt habe. Einmal 2018 im Sommer und jetzt eben beim jüngsten Wettbewerb im Februar. Ich würde sagen, ich gehe hier einfach mal durch. Und erstes Thema, der ersten Slide ist für mich ganz wichtig, nämlich Echtgeld gegen Wettbewerb. Das heißt, der Unterschied zwischen meinem eigenen Handel, was ich da mache und natürlich, wie man jetzt an so einen Wettbewerb rangehen würde. Ich bin ein sehr großer Fan davon, zu sagen, dass ein Trader immer Risikomanager ist. Das heißt, es geht im Trading nicht, und das muss man jetzt nicht unbedingt stoisch so sehen, aber es geht am Ende des Tages nicht darum, dass wir hier die großen Prozente und Renditen und Pips machen. Zum Ende managen wir Risiken. Das heißt, wir haben ein Trading-Konto mit einem Trading-Kapital und dieses versuchen wir so effektiv wie möglich im Markt zu investieren, sehen aber natürlich immer erst mal die eigenen Risiken und anschließend erst die möglichen Profite. Das heißt, wir denken ja am Anfang, bevor eines Trades, immer erst mal an das Risiko, das wir mit dem Trade angehen und dann vielleicht daran, was wir in diesem Feld verdienen können, was ja an sich grundsätzlich erst mal unbegrenzt ist. Aber das Risiko ist immer begrenzt, während die Rendite, die mögliche Rendite unbegrenzt ist. Das heißt, in meinem eigenen Handel bin ich in erster Linie Risikomanager, schaue ganz penibel auf mein Risiko, möchte in erster Linie mein Kapital erhalten und trade an sich nur gegen mich selbst bzw. gegen den Markt. Ich möchte den Markt schlagen. Wenn wir hier von so einem Wettbewerb reden, dann geht es natürlich nicht unbedingt darum, jetzt ein Kapital zu erhalten. Wenn man nach den knapp vier Wochen dann immer noch 10.000 auf diesem Demokonto hat, dann wird einem wahrscheinlich keiner einen Preis verleihen. Dementsprechend geht es hier schon deutlich mehr darum, Gewinne zu maximieren. Und es gibt an sich keinen finanziellen Verlust für einen selbst. Das heißt, man kann hier deutlich höheres Risiko fahren und man tradet natürlich gegen die Konkurrenz. Das heißt, am Ende dieser vier Wochen ist das Ziel, dann erster Platz zu sein in dieser Tabelle. Das heißt, wir haben hier grundsätzlich einige Unterschiede zum eigenen Handel. Das ist ganz elementar, um die Trades zu erklären, um auch die eigene Vorgehensweise zu erklären, weil man das, was man hier in diesem Wettbewerb macht, um Echtgeld vielleicht gerade risikotechnisch nicht unbedingt zu umsetzen würde. Ich möchte sogar sagen, nicht unbedingt zu umsetzen sollte, weil das Risiko da doch vielleicht einfach zu groß wäre. Was war mein Plan, meine Zielsetzung, meine Ideen für die deutschen Tradingmeisterschaften? Ich habe ja davor schon zweimal mitgemacht. In diesem Jahr war es Teilnahme Nummer drei. Deswegen habe ich mich tatsächlich davor ein kleines bisschen hingesetzt und mir gedacht, wie gehe ich daran, welche Ideen habe ich, beziehungsweise was halte ich für den schnellsten und besten Weg, um hier eine hohe Rendite zu erzielen mit möglichst niedrigem Risiko? So, die Idee ist eigentlich recht simpel gewesen für mich. Nämlich habe ich mir gesagt, wenn ich ein hohes Risiko fahre, und da reden wir dann wahrscheinlich so von 10% pro Trade ungefähr, dann ist es möglich, mit fünf, sechs guten Trades sein Konto zu verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen und so weiter. Es ging mir persönlich hier nicht darum, jeden Tag zu traden und jeden Tag fünf Trades in den Markt zu feuern, sondern meine Idee war, mit einer niedrigen Anzahl an Trades, die wirklich sehr gut gewählt ist, die wirklich so wählerisch ist, dass man hohe CRVs bekommen kann, in einer passenden Marktphase mit wenigen Trades, und das kann jeder mathematisch mitrechnen, sind es denn, ist es möglich, mit fünf Trades, mit 10% Risiko, wenn man ein 2,5er CRV schafft, ein Konto zu verdreifachen. Für den Eigenhandel in Echtgeld ist das ja alles kein Thema, aber für so einen Wettbewerb, für die deutschen Tradingmeisterschaften natürlich schon. Das heißt, grundsätzlich war für mich alles entscheidend zu warten, nämlich einfach in diesem Monat ein paar wenige sehr gute Trades mitzunehmen, bei denen man Verluste begrenzt, wie wenn die Laufenden ist, und so eben eine hohe Performance zu erzielen. Obgleich es natürlich bei weitem nicht bekannt war, wie gut dann die Konkurrenz sein würde, und wie hoch die Performance sein muss, um hier am Ende erster zu sein. Da ist natürlich dann der Faktor Glück noch irgendwo mit dabei, dass dann am Ende die eigene Strategie gut aufgegangen ist, kein anderer besser war, es keine automatischen Handelssysteme gab, die am Ende des Monats am ersten Platz waren, obgleich es im Laufe dieser Meisterschaft einige automatische Handelssysteme gab, die eine sehr hohe Performance erzielt haben, wenn auch am Ende dann nicht oben, weil da immer wieder der Drawdown eingesetzt hat. Das heißt, hier geht es einfach darum, wirklich im Laufe dieser Meisterschaft zu warten, nicht im Aktionismus zu verfallen, nicht zu sagen, ich möchte Spaß dann haben, jetzt zu traden und die Knöpfe zu drücken, sondern wirklich mit sehr hoher Disziplin zu warten, auf die Tage, auf die entscheidenden Situationen, in denen man traden kann. Ich habe einfach mal die ganzen Trades, die ich gemacht habe, hier in die PowerPoint eingearbeitet, damit das, ich denke, am besten nachvollziehbar wird, was ich gemacht habe. Ich bin an sich ein rein chartlicher Trader, im sehr kurzfristigen Bereich. Das heißt, fundamentale Einflüsse spielen in meinem Trading eigentlich gar keine Rolle. Natürlich, wann News kommen, ist interessant, aber darüber hinaus ist das für mich eher nebensächlich, beeinflusst den Markt, aber ich sage immer für mich, ich sehe alles, was zwischen Käufern und Verkäufern passiert, im Chart. Das heißt, Nachrichten machen die Kurse, Kurse machen die Nachrichten, ist für mich per se erstmal nicht relevant. Natürlich, es gibt Nachrichten, aber ich schenke denen inhaltlich keine besondere Bedeutung. Dementsprechend ist das hier die Kapitalkurve, die auch bereits bekannt sein könnte, so wie sie online ist und ich werde die einfach mehr oder weniger nacheinander abarbeiten und sagen, so kam es zu den folgenden Trades. Es sind am Ende nur zehn Trading Ideen, das heißt, das wird jetzt gar nicht so lang. Ich denke, danach können wir uns da noch etwas breiter drüber unterhalten, ein bisschen das Grundsätzliche diskutieren, wenn es Fragen gibt und alles Weitere danach. So, das war von mir aus Trading Ideen Nummer eins. Wir befinden uns am 6. Februar. Das Ganze begann ja, ich glaube, der erste Handelstag war der 2. oder 3. Februar. Ich habe da in den ersten Tagen erstmal nichts gemacht, weil es für mich keinen Markt gab, der interessant genug war. Dementsprechend war das hier die erste Idee. Okay, ich habe immer erstmal so ein allgemein analytisches Chartbild, worauf man dann ganz gut erklären kann, was die Idee hinter dem Trade war. Dann habe ich ein Bild aus Metatrader, wo man den Trade ausgeführt sehen kann und anschließend die Auswirkung auf die Kapitalkurve. Das hier ist Trading Ideen 1 von 10. war eigentlich eine recht simple Sache. Wir hatten im Pfund US-Dollar ist das eine recht lange Abwärtsbewegung. Wir sehen, da ich Trendfolger bin, habe ich hier grundsätzlich aus dem großen Bild darauf gesetzt, dass wir dem Trend folgen könnten. Hat ein paar Gründe gehabt. Wir sehen zum einen ein 50er Fibonacci, ist jetzt hier, wie man könnte sagen, orange eine Linie. Wir hatten R1, das ist ein Pivotpunkt, der hier lag. Wir hatten dann im kleineren so eine Range in diesem Preisbereich. Und wenn wir uns das jetzt in einem 1-Minuten-Chart ansehen würden, das hier ist das ganze große Bild der letzten paar Tage. Das ist der 1-Minuten-Chart und hatten wir um 10.30 Uhr News. Ich glaube, das war was aus dem Baugewerbe, was den Markt hier recht schnell hat steigen lassen. Anschließend haben wir eine deutlich umgekehrt von R1 gesehen. Und das war für mich in dem großen Bild einfach ein Grund, hier einen Short-Trade aufzusetzen mit der Idee, dass wir vielleicht diese Short-Bewegung folgen könnten oder zumindest hier nochmal in Richtung PP zurückkehren in dem Bereich, wo wir dann nachts die Range gemacht hatten. Und am Vorhaben, das war ein recht simpler Trade, der jetzt gar nicht so wahnsinnig gut ist. Aber dieses Bild hat am Ende für mich dazu geführt, hier zumindest Stops übers Hoch zu legen und zu sagen, ein Stück weit Short mitzugehen. Das war das kleine Bild 1-Minuten-Chart. Und so wurde das Ganze ausgeführt. Wir hatten um 10.30 Uhr diese News. Dementsprechend habe ich, und das ist ganz normal, ich habe jetzt wahrscheinlich 89 oder 88 Ausführungen gehabt. Am Ende sind das nur 10 Trades-Ideen. Ich arbeite jetzt mit Teilausführungen, was auch am Metatrader liegt, weil man, wenn man kleinere Tech-Profit setzen möchte, mehrere Positionen braucht. So war die ganze Execution des Ganzen. Ich bin hier oben Short gegangen mit mehreren Positionen, sieht jetzt erst mal wild aus, waren nämlich 14 Teilausführungen. Das Ganze lief nicht wirklich an, lief lange seit. Dementsprechend bin ich hier dann nach etwas mehr als einer Stunde auch schon wieder rausgegangen. Kein besonders guter Trade, weil ich den nicht habe laufen lassen, weil ich dem nicht die Luft gegeben habe. Ich wollte aber eigentlich in dem Moment auch wirklich eine mehr oder weniger schnelle Bewegung sehen, die mich bestätigt, wie es hier ausgeblieben ist. Dementsprechend habe ich diese Trading-Idee dann wieder über Bord geworfen, zugemacht. Wir können jetzt natürlich gut sehen, das wäre, wenn ich es hätte laufen lassen, gut gelaufen. Ist für mich nicht der Fall gewesen. Dementsprechend war ich hier nicht geduldig genug, aber ich mag besonders die Trades, die schnell für mich laufen, wo ich nach vorne liege, mehr statistisch gesehen sind das die, wo ich am meisten Erfolg mit habe. Dementsprechend war es für mich hier nicht falsch, nachdem der Trade nicht anlief, diesen zu schließen. Auch wenn das dann am Ende des Tages gut funktioniert hätte, ist alles hätte, hätte Fahrradkette. So, das waren an sich die 14 Ausführungen, die dieses Konto hier von 10.000 auf 10.554 gehoben haben. Das war an sich die erste Trade-Idee, die mich hier ein ganz kleines bisschen nach vorne gebracht hat, wenn auch ich sagen würde, dass hier das Risiko noch nicht ganz so hoch war, wie es dann im weiteren Verlauf wurde. Anschließend habe ich, und das war noch strategisch, etwas mit dem Risikofaktor herumgespielt und hier ungefähr 30 Ausführungen getätigt, die keine wirkliche Auswirkung auf die Kapitalkurve haben, kann jeder in dem Tool nachsehen. Also da kamen dann so 15, 20 Ausführungen ohne Bedeutung. Es gab aber eine weitere Idee, nämlich war das hier eine Short-Idee im Euro. Das war am selben Tag nachmittags. Was war das große Bild? Wir hatten einen übergeordneten Abwärtstrend, in dem wir hier im Kurzfristigen auch noch mal eine Short-Bewegung sehen. Das Ganze läuft hier in eine Range im Bereich 1,10. 1,10 ist eine sehr runde, psychologisch interessante Marke für die Marktteilnehmer. Aufgrund des Momentums an diesem Tag hatte ich für mich die Idee, dass wir hier vielleicht abends noch die 1,10 nach unten durchbrechen könnten, dass hier vielleicht einige Marktteilnehmer sich für diese 1,10 interessieren, für diesen ganzen Preisbereich, weswegen ich hier diese Short-Idee versucht hatte. Wir hatten ein eigentlich ganz gutes Momentum nach unten. Ich bin dann hier mit mehreren Teilausführungen reingegangen. Und wie man sehen kann, das Ganze lief gar nicht an. Ich war hier zwar kurz mal im Gewinn, aber am Ende lief es nicht in meine Richtung und war dann für mich auch ein Grund, ziemlich schnell wieder rauszugehen, weil ich gesagt habe, ich möchte hier ein paar wenige Trades machen bei den deutschen Tradesmeisterschaften. Und da kann ich es nicht gebrauchen, wenn was gegen mich läuft. Da macht es keinen Sinn, jetzt meinen Trades zu heiraten und zu sagen, ich warte, bis der in meine Richtung läuft, sondern es geht für mich. Beziehungsweise das war die Idee, Strategie dahinter wirklich ein paar wenige Trades zu machen, bei denen das Momentum und der Trend im Markt so passt, dass ich mit sehr niedrigem Risiko vielleicht einen Trade kriege, der ein ganzes Stück weit läuft. Dementsprechend das hier eine definitiv nicht erfolgreiche Idee, wenn auch der Markt hier wieder danach noch in meine Richtung gelaufen wäre. Es ging nicht sofort, dementsprechend war das hier jetzt ein Ein-Minuten-Chart. Ich nehme an, maximal 30 Minuten und ich war wieder raus. Auswirkungen auf die Kapitalkurve, recht klar, es ging hier wieder ein ganz kleines bisschen, jetzt optisch hier schwer zu erkennen, weil es aufgrund der Eskalierung eingestaucht ist. Es ging hier wieder zurück auf 10.193 Euro auf diesem Konto. Anschließend kommt eine etwas spannendere Trade-Idee. Das ist in dem Fall eine Short-Idee im Euro-US-Dollar. Das Ganze war einen Tag später. Wir hatten immer noch das übergeordnete Chartbild. Wir haben diesen Abwärtstrend mit dem Tief knapp unter 1.10, korrigieren zurück, laufen wieder nach unten und bilden hier am Tief eine Range aus. Das war für mich ein ganz interessanter Clou in dem Moment aufgrund der Tatsache, dass es natürlich grundsätzlich für mich Hochs und Tiefs gibt, die abgelehnt werden, wo ich sage, da sehen wir ein deutliches Reversal. Könnten wir jetzt zum Beispiel hier vorne sehen, an diesem Hoch oder an diesem Hoch. Der Markt läuft hin und läuft ziemlich schnell gegen, hält sich dort nicht lange auf. In dem Fall haben wir hier sehr nah am alten Tief eine Range gebildet. Der Markt läuft dort seitwärts. Das heißt, es werden in einer Seitwärtsphase viele Positionen kumuliert. Der Marktteilnehmer, das heißt, da gehen Leute long, da gehen Leute short und haben sehr wahrscheinlich ihre Stops über und unterhalb der Begrenzung der Range. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass wenn wir aus so einer Range ausbrechen, wir hier vielleicht ein bisschen Bewegung kriegen, wobei die Trader, die auf der falschen Seite sind, dann natürlich ausgestoppt werden und natürlich, sobald wir so eine Range verlassen, gibt es viele Marken, die immer die flat sind, die sowas noch nutzen könnten. Wir haben diese Range genau am Tief gebildet. War für mich die Idee, dass ich sagen würde, okay, vielleicht hätten wir diesen Trend nach unten fort, einfach weil wir ein gutes Momentum in der Short-Bewegung hatten und weil so eine Range an einem Extrema immer eher ein Hinweis auf eine Fortsetzung ist, sofern wir natürlich im Markt das Momentum bekommen, dass wir hier nach unten ausbrechen könnten. Dann befasst die Idee hinter diesem Trade und die Umsetzung sah dann wie folgt aus. Also das ist das Bild, bevor die erste Ausführung gemacht wurde. Wir hatten hier, das können wir jetzt hier ganz leicht sehen, die Ablehnung vom PP, vom Pivot Point. Hatten wir einen kleinen Spike nach oben, lief gegen. Das ist das, was wir hier vorne sehen können. Anschließend kam eine Korrektur nach oben, dann kamen hier zwei Umkehrkerzen und das war genau der Preisbereich, wo ich die Short-Projektion begonnen habe, aufzubauen. Ich lasse mich immer lieber über Teil-Ausführungen einstopfen, als ich mit einem Klick alles. Stops lagen ganz einfach über dieser Kerze. Es gab dann eine deutliche Short-Bewegung, da habe ich aufgestockt. Anschließend eine kleine Korrektur, habe ich die Position ganz reingenommen, haben hier einen schönen Abwärts-Trend gesehen, im Sinne von den fallenden Hochs. Und das war dann so der erste Trade, der für mich in diesem Wettbewerb wirklich anlief. Die Stops habe ich an den Hochs nachgezogen und anschließend, als wir neue Tiefs gemacht haben, habe ich die Position dann langsam begonnen auszuscallen. Hier natürlich Gewinne laufen lassen, aber für mich gab es hier ein paar technische Marken, wo ich gesagt habe, da nehme ich das Ganze raus. Insofern hier ein sehr niedriges Risiko, waren nur ein paar Pips und ist glücklicherweise sehr gut gelaufen, was natürlich an der großen Marktphase liegt und auch natürlich ein Stück daran, dass man Gewinne laufen lässt. Das heißt, dass man hier nicht sagt, nach 15 Pips, ich gehe raus, sondern ich versuche, dem Markt Luft zu geben. Wenn auch natürlich man Teilausführungen macht, Teilschließungen macht, einen Teil der Gewinne mitnimmt, hier am Ende vom Durchschnittspreis eine ganze Bewegung mitgenommen mit niedrigem Risiko. Das war an sich so der erste Trade, der mich nach vorne gebracht hat. Und nach den Teilausführungen lag das Ganze dann bei 16,99, also 68,69 Prozent im Gewinn. Der nächste Trade war wieder eine Short-Idee im EURUS-Dollar. Also wenn man sich jetzt einen Tagestatt im EURUS-Dollar ansehen würde, dann würde man erkennen, warum. Wir hatten hier einfach einen sehr schönen starken Trend, wo man natürlich, wenn man eine gute Ausführung hatte, sich gut einstoppen lassen konnte. In diesem Fall hatten wir dann in den Folgetagen wieder so eine Range, aus der der Markt schnell ausgebrochen ist. Ich hätte natürlich gerne einen Ausbruch gehabt, war ich nicht dabei. Es ist dann immer eine Frage von Timing, wie viel Screen-Time hat man, das heißt, wie nah am Markt ist man und bekommt man eine gute Möglichkeit, sich einstoppen zu lassen. Gab es nicht wirklich. Anschließend haben wir hier im Bereich des S1 so eine kleine Range gebildet am Tief. Und wenn man das jetzt in der kleineren Zeit anhat ansieht, gibt es im nächsten Bild. Gab es für mich ein, zwei Gründe zu sagen, wir könnten hier vielleicht weiter nach unten laufen. Einfach weil zum einen das Tief hier nicht aggressiv abgelehnt wurde. Das heißt, ich kann hier nicht, zum Beispiel an dem Tief vorne, eine aggressive Gegenbewegung vom Tief gesehen, sondern der Markt scheint, diese Preise erstmal akzeptiert zu haben. Dementsprechend habe ich mich, als wir nochmal eine kleine Umkehrkette gesehen haben und ein bisschen Bewegung, habe ich mich short positioniert. Die Stops lagen dann am Ende über der oberen Range. Der Markt lief auch damals am tatsächlichen Stückchen gegen mich. Ich habe daran aber festgehalten, weil aus dem großen Bilde, ich behaupte, hätte ich, dass dieser Trend zumindest irgendwie fortsetzen durfte, lief ein Stückchen gegen mich. Anschließend kam allerdings die ziemlich direktionale Bewegung in meine Richtung. Und sobald wir hier unten das erste Mal einen deutlichen Dreher hatten, eine gewisse Gegenbewegung, hatte ich diesen Trade auch wieder beendet. Also das war auch eine ganz klassische Trendfolge, wenn auch man natürlich hier mit dem kleinen Tief hätte stoppen können und drüber. In dem Fall lief ein Stück gegen mich aber die Grundidee. Das heißt, das übergeordnete Chartbild hat dann da doch noch so weit für mich gesprochen, als dass das hier zumindest ein erfolgreicher Trade geworden ist. Das war Trade-Idee Nummer 4. Und da waren wir einfach schon bei 100%. Das heißt, man kann sehen, es reichen wirklich zwei Trade-Ideen. Aber Vorsicht natürlich, die Mentes Risiko ist nicht gegen mich gelaufen, ist ein kleines bisschen Glück dabei, ist natürlich auch ein bisschen die Fähigkeit, das wählerisch auszuwählen. Aber man muss ganz klar sagen, dass hier natürlich ein bisschen der Hintergrund, das heißt, die Erfahrung und so weiter eine wichtige Rolle spielt. Ich lege gerade, mit der Zeit wird es ein bisschen eng, das heißt, ich versuche das hier ein kleines bisschen zu beschleunigen. Trade-Idee Nummer 5. Da gibt es kein übergeordnetes Chartbild. Das war recht simpel. Kann man mit allgemeiner Chartzeichen dringendet, nicht auch ganz leicht erkennen. Das ist so eine klassische Formation, nicht ist, wie ihr wollt, Dreieck, Teil, wie auch immer. Am Ende geht es ja eigentlich nur darum, dass sich die Order der Markthernehmer hier verschieben. Gold, 5 Minuten Chart, übergeordnet, hat nämlich jemanden keine Rolle gespielt. Das ist so eine Formation. Wir haben hier eine obere Begrenzung der Range. Wir sehen steigende Tiefs. Und für mich, als wir hier einen gewissen Momentum hatten, einfach einen Grund, ich glaube, das war dann zum Flott, hier long reinzugehen und einen Stopp unter eins der Tiefs zu setzen. Die Range dieser ganzen Formation waren 4 Dollar. Das heißt, ich habe einfach die 4 Dollar oben drauf geschlagen und gesagt, wenn wir hier nach oben ausbrechen, ein kleines bisschen das übergeordnete Bild noch eine Rolle gespielt, dann möchte ich hier eine gewisse Distanz mitnehmen. Hat gut funktioniert. Bin dann mehr oder weniger ziemlich zum Hoch rausgeflogen und habe damit dann nochmal ungefähr 20 Prozent aufs Konto gemacht, was mich dann hier zumindest zur Verdopplung gebracht hat. Wie ihr sehen könnt, an sich zwei, drei gute Trades können reichen. Wird nicht jeder nachmachen, aber es geht natürlich in dem Punkt drum, hier in einem Wettbewerb, in dem es ausschließlich um die Performance geht und weniger um das Risiko, wenn auch es eine weitere Disziplin gibt mit dem Risikomanager. Am Ende fragt keiner wirklich nach dem Risiko, sondern es geht halt um das größte Konto zu machen. So, Trade-Idee Nummer 6. In dem Fall war das eine Short-Idee von mir. Wir sind jetzt schon ein paar Tage weiter. Das war am 12. oder 13. Februar. Wir hatten immer noch im Euro eine deutliche Short-Bewegung. Hier ganz einfach die Idee, dem Trend zu folgen, Short zu gehen. Allerdings geht es bei einem Trade nicht immer nur darum, wie das übergeordnete Bild aussieht, sondern wie das Timing ist. In dem Fall hat es kein gutes Timing. Kann man recht simpel daran sehen, dass ich hier mehrfach versucht habe, Short zu gehen. Hier oben den ersten Short-Rate gesetzt hatte, als ich dachte, okay, wir könnten uns hier direkt unter dieses Tief schieben. Am Tief kam eine Gegenbewegung und dann bin ich hier so ziemlich auf den halben Pip irgendwie ausgestoppt worden. Kommt vor, ist normal passiert. Habe hier vorne noch mal einen Short probiert, der auch ein Stückchen gegen lief, der dann aber, weil wir hier nicht das Momentum hatten, auch wieder zugemacht wurde. Habe hier noch mal einen probiert. Also das waren mehrere Versuche, die nicht wirklich perfekt getimt waren, was dann eben zur Folge hatte, dass ich, wenn ich aufs Konto schaue, wäre hier gut, das kann man nicht gut erkennen. Hier kann man es besser sehen. Einen ganz kleinen Drawdown hatten, war jetzt nicht groß, aber waren halt ein paar Trades, die nicht ganz liefen. Das war Trade-Idee Nummer 6. Trade-Idee Nummer 7 wird schon klassischer. Das war der 14. Februar. In dem Fall hatten wir zum ersten Mal so ein bisschen eine Seitwärtsphase im Euro, wo wir auch zum ersten Mal ein bisschen Momentum auf der Long-Seite gesehen hatten, was dann für mich dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, wir könnten hier vielleicht ein Stückchen korrigieren im Bereich der Thiefs vom Vortag, diese ganzen Morgens, also dieser Opening Range, wenn man das als nächtliche Bewegung als Range sehen würde. Im Euro habe ich gesagt, okay, wir könnten hier ein Stück gegenlaufen. Wir haben den PP über dem aktuellen Kurs. Wir haben da oben einen 200er. Wir sehen hier eine Seitwärtsphase, sehen das erste Mal Momentum. Das hat dann für mich dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, in diesem ganzen Short-Mark könnten wir hier vielleicht ein Reverse sehen. Das ist natürlich ein Stückchen Erfahrung auch, wie sehr man sich dann zu sowas hinreißen lässt, beziehungsweise an welchen Dingen man das über das Sharpet hinaus noch erkennen kann. In dem Fall auch ein klassisches Timing, wie ich es gerne mache, nämlich, dass ich mich mit Teilausführungen einstoppen lasse. Die ersten Teilausführungen waren hier vorne, das heißt, wir sehen da zum ersten Mal Momentum auf der Long-Seite und dementsprechend habe ich gesagt, okay, wir könnten hier irgendwo oben rauslaufen. Das waren die ersten Teilausführungen und anschließend, als wir dann die Stopps, man kann sehen, wo sie lagen, unter dem Tief, ein bisschen Glück, dass wir hier nicht runtergefallen sind. Als wir das Tief abgelehnt haben, noch mal im Momentum kam, habe ich hier noch eine weitere Teilposition aufgebaut. Ich hätte die gerne deutlich weitergehalten, allerdings gab es hier oben recht schnell so eine Seitwärtsphase, wo das Hoch auch immer wieder abgelehnt wurde. Gerade wenn man nah dran war, hat man gesehen, dass das doch ein kleines bisschen schneller und aggressiver ging. Hätte man in den Futures wahrscheinlich auch erkannt, dass da ein paar Verkäufer reinkamen, beziehungsweise dass hier einfach Widerstand war. Das heißt, der Markt ist in die Liquidität gelaufen und irgendwo gab es Markte, die die Liquidität angeboten haben, sodass die Bewegung nicht schnell weit ging, sondern seitwärts ging. Und da habe ich das Ganze dann wieder zugemacht, indem wir hier ein Trade mit etwas höherem Risiko, weil ein ganzes Stück gegen mich gelaufen ist, am Ende aber trotzdem noch positiv beendet. Und auch hier wieder ein, ich denke, ganz gutes Timing beim Ausstieg. Darauf kommt es ja am Ende an. Das war hier diese ganze Bewegung hoch auf 27,135. Anschließend, nächste Trade-Idee war wieder ein Long. Das sind wir schon am 21. Februar. Man kann jetzt sehen, ich habe ja auch mehrere Tage nichts gemacht, weil ich einfach schon ein Stückchen vorne lag und gesagt habe, mit jedem Weisland-Trade riskiere ich einen Drawdown zu laufen. Das heißt, je weiter ich in diesem Wettbewerb war, desto mehr habe ich begonnen, wählerisch zu sein und zu sagen, ich gehe hier nicht unbedingt Risiko ein. Was war hier der Hintergrund? Wir haben so eine Seitwärtsphase gesehen vor ein paar Tagen und sehen dann zum ersten Moment schon mal auf der Long-Seite. Deswegen von mir die Idee, wir könnten hier vielleicht aus der Range ausbrechen und uns zurück in diese alte Range bewegen, in diese Preisbereiche. Wie wurde das Ganze ausgeführt? Ich habe hier morgens mehrere Teilpositionen reingenommen, zu einem Zeitpunkt, zu dem es noch so aussah, als könnten wir hier schnell oben rauslaufen. Das heißt, direkt die Bewegung bekommen, da lief es dann so ein Stückchen seitwärts, das war nicht aggressiv abgelehnt, deswegen habe ich hier mehrere Teilpositionen nicht ganz, wir haben nochmal korrigiert und als dann unten das Tief abgelehnt wurde, habe ich hier die restliche Teilposition reingenommen, hier war fast so groß wie die Position da vorne oben. Stops lagen uns dann tief und im Laufe des Nachmittags ging das dann wirklich noch genauso long, wie ich das mir erhofft hatte, wie ich mir das gewünscht hatte. Es werden natürlich auch einige Stops hier im Bereich gelegen sein, einige Marken, wenn die frett waren, die dann die Bewegung mitgenommen haben, dementsprechend das hier ein ganz schöner Trade, der mich sehr weit gebracht hat. Ich glaube, das war aus dem Reinergebnis der soweit beste Trade in dieser Meisterschaft, wo ich hier schlussendlich mit dem Turnaround ein bisschen Glück hatte und das Reversal mitgenommen habe. Das war der Trade, der mich hier auf die so gut wie 300% gebracht hat. Anschließend kommen hier noch zwei Trades, die gar nicht so wahnsinnig erwähnenswert sind. Zum einen hatte ich hier die Idee, dass wir, und das war gerade diese Bewegung vom letzten Trade, nachdem ich einen kleinen Abwärtstrend mit Downgap gesehen habe, bin ich davon ausgegangen, dass wir dem Trend vielleicht folgen könnten. Ich habe es jetzt zweimal mit einem Shot probiert, wie man sehen kann, aber beide Male falsch gelegen. Falsch gelegen in dem Sinne, als dass der Ausbruch nach unten einfach nicht kam und nachdem dann die Bewegung für mich nicht kam, habe ich nicht mehr oder weniger schnell vorne lag, habe ich die Trades dann jeweils recht schnell wieder zugemacht, weil ich eben in so einem Wettbewerb ein Feld, der gegen mich läuft, nicht wirklich gebrauchen kann, weil es am Ende darum geht, ein paar Trades zu finden, die halt perfekt laufen oder zumindest für mich war das die Strategie, die ich gesagt habe, könnte erfolgsversprechend sein. Dementsprechend hier draufgesetzt, dass Momentum nach unten kommt und wir unter das Tifalen und dann eine weitere Bewegung kriegen, gab es nicht. Da hinten nochmal ein kleines bisschen Momentum aufgebaut, wieder versucht, wieder rausgezogen, ist einfach so akzeptiert, abgehakt und dann gab es noch den letzten Trade, da hatten wir ein sehr hohes Momentum im US-Dollar-Japanien, das war der allerletzte Handelssatz, einer der deutschen Trading-Meisterschaften, weil sich jetzt ein Tagesschattenmeister oder Japanien anziehen würde, würde man da auch, also jetzt gerade sieht es natürlich noch böse aus, aber da kann man ganz gut sehen, wie das Momentum mal größer würde. Eine verrückte Tageskerze sieht man ganz, ganz selten und da habe ich einfach gesagt, nachmittags, als wenn ich im Momentum ein neues Tagestip gesehen habe, okay, ich gehe einfach mit Short, weil die Marktraining immer hier so aggressiv am Verkaufen waren beziehungsweise es halt keine wirklich echten Gegenbewegungen gab, wo das Momentum an der Gegenbewegung höher war als in der Abwärtsbewegung, sodass ich dann gesagt habe, okay, gehe ich einfach mit, habe ich mich hier irgendwo mehrfach einstoppen lassen, das erste Mal probiert, blieb nicht sofort, bin ich wieder raus und das zweite Mal, hier mit aus Versehen zu großer Positionsgröße, aber da dann beim neuen Tagestip gesagt, okay, jetzt gehe ich mit, Stopp-Übersätze hochgesetzt und den Trade habe ich dann einfach bis einschließlich 23 Uhr laufen lassen, als dann der Wettbewerb vorbei war. Aber das waren an sich die 10 Trade-Ideen, die dann, das hier war der allerletzte Trade, die dann in so einer, ich denke, schönen Kapitalgruppe geendet haben. Man muss natürlich sagen, ein Stück viel Glück dabei, Glück im Sinne von die ganze Competition, das heißt, wo waren die anderen Teilnehmer, wie sieht die Rangliste am Ende aus, ein kleines bisschen Glück dabei, dass am Ende dann irgendwo die Eins ist. Aber ich denke, das ganz Entscheidende ist das, was man hier unten sehen kann, nämlich sehr niedrige Verluste und einige Gewinne, die ein ganzes Stück gelaufen sind. Das heißt, es geht am Ende eben darum, nicht in den Aktionismus zu verfallen, sondern auch wirklich auf die guten Ideen zu warten. Für mich waren es am Ende halt nur 10 Trade-Ideen. 10 Trade-Ideen können aber reichen und dann schlussendlich darum, es muss auch nicht die hohe Trefferquote sein. Man sieht hier, es dürften ungefähr 55, 60 Prozent gewesen sein, sonst geht es am Ende eben um das Verhältnis von Gewinnern und Verlierern, das hier denke ich ganz gut umgesetzt war und dementsprechend diese Kapitalkurve mit sehr wenig Drawdown, weil eben ein bisschen Glück ist dabei, hier nichts wirklich gegen mich lief beziehungsweise nichts, was dann nicht noch in einen positiven Trade umgewandelt werden konnte. Das soweit von meiner Seite die PowerPoint, die Slides, die vorbereitet waren. Ich denke, das konnte einigen Leuten so ein bisschen Einblick geben, wo waren die Executions und was war wirklich die Grundlage. Ich muss dazu sagen, am Ende kochen wir auch nur mit Wasser, das heißt, hier war jetzt keine unglaublich komplizierte Strategie mit einem Algorithmus, sondern am Ende des Tages recht simple Chart-Technik, recht simple Prinzipien, ein kleines bisschen Erfahrung und besonders eine Disziplin, das heißt, die Fähigkeit, auf die Trades warten zu können. Soweit wäre ich damit fertig. Julian, Christian, je nachdem, was ihr habt, wenn ihr Fragen dazu habt, sehr gerne an der Stelle dein offenes Gespräch. Perfekt. Jan, vielen, vielen Dank für die Einblicke in deinen Handel. Ich finde das auf jeden Fall super spannend, das einfach auch nochmal zu sehen, wie du an den Markt rangegangen bist, wie du dich strukturiert darauf vorbereitet hast, entsprechend auch deine Trades zu machen. Ich würde auch direkt, also grundsätzlich habe ich ein paar Fragen vorbereitet. Ich würde auch sagen, an alle anderen Teilnehmer, bitte den Chat nutzen, um hier auch entsprechend Fragen zu stellen, die wir dann im Laufe der nächsten 25 Minuten dann auch beantworten können. Ich würde direkt mit einer Frage einsteigen, weil du hast gerade nochmal das Punkt Markttechnik angesprochen. Angefroren und Nachfrage machen den Preis. Das ist auf jeden Fall ein Gesetz, das Gesetz in einem kapitalistischen System. Die Frage ist von meiner Seite, du hast am Anfang davon gesprochen, dass du im Preis alle möglichen Einflüsse, wie zum Beispiel Nachrichten, siehst, hattest aber in einer von deinen Trade Strategien auch gesagt, dass du die Nachrichten schon auch im Hinterkopf hattest, weil eben dadurch auch Volumen in den Markt reingekommen ist. Guckst du dir den Nachrichtenkalender so ein bisschen an, wenn du dich auf deinen Handel vorbereitest, um einfach im Hinterkopf zu haben, wann Bewegungen sich verstärken könnten beziehungsweise wann eben einfach auch Liquidität im Markt da ist oder ist das eher was, was du zufällig wahrnimmst, wenn du so oder so starke Bewegungen siehst beziehungsweise das im Nachgang in deinen Analysen einfließen lässt? Selbstverständlich ist für mich besonders relevant, wann Nachrichten kommen. Das heißt, mich interessiert am Ende des Tages eher weniger, was jetzt die Nachricht ist. Das heißt, sind es jetzt 175.000 geschaffene Stellen bei Non-Farm Payrolls oder sind es 275.000, ist dann für mich im Detail nicht relevant, aber natürlich, wann kommt die Nachricht, selbstverständlich schon relevant. Ich habe immer ein größeres Bild, das heißt, charttechnisch in dem Fall war es jetzt der Trade-In-Pfund, in dem ich halt den Markt Short gesehen hatte. Dann gab es die positive Nachricht und nach der positiven Nachricht eine kleine charttechnische Gegenreaktion und eben die habe ich genutzt. Das heißt, ich habe in dem Fall gesagt, okay, wir haben ja gerade eine positive Nachricht eingepreist, wir haben aber im langfristigen einen Abwärtstrend. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, diese Nachricht hier ergibt mir die Möglichkeit, in den Markt einzusteigen. Das heißt, die Uhrzeit ist für mich relevant, wann was kommt, wann eine Frau Lagarde spricht, wann es Zinssätze gibt und so weiter, natürlich völlig relevant. Aber dann das Detail der Nachricht, das heißt, die Frage ist ja immer, wie, was erwartet der Markt? Dann, wie ist die Nachricht und wie reagiert der Markt? Ich weiß ja nie, was der Markt erwartet. Deswegen kam ich persönlich mit klassischem News-Training im Sinne von, okay, das hier ist die Nachricht, ich mache jetzt einen Trade auf die Nachricht, immer nicht so sonderlich weit. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, Charttechnik ist schön und am Ende des Tages alle Informationen, die es gibt, der Chart zeigt mir eigentlich nur die Zusammenfassung der einzelnen Kurse und die einzelnen Kurse sind ja nichts anderes als die Repräsentation von Angebot und Nachfrage. Also alles, was zwischen Vorfahren und Verkäufern passiert, sehe ich im Chart. Dementsprechend bilde ich alles, was ich mache, auf Charttechnik, wenn aber natürlich die Uhrzeiten der Nachrichten für mich interessant sind. Ich lese mir auch mal durch, was die Nachricht ist, aber ich lasse mich jetzt von einer gewissen Anzeige schaffener Stellen oder von einem gewissen Zinssatz nicht zu einem Trade verleiten, weil ich eben noch viele andere Faktoren habe, die ich als wichtiger gewichten würde, obgleich aber natürlich News-Trading und alle, die das interessiert, seine Berechtigung hat, aber für mich persönlich jetzt keine besondere Austagskraft für die Trades, aber natürlich, man kann sowas als Einstieg nutzen, wie zum Beispiel in jenem Fundtrade. Okay, das ist ein Punkt, zu dem hört man immer wieder, dass einfach die Nachrichten als Katalysator verwendet werden und dass die Nachrichten per se, also ob das jetzt besonders hohe oder besonders geringe Zahlen waren, für die markttechnischen Händler nicht ausschlaggebend ist. Nichtsdestotrotz, das ist einfach wirklich ein wichtiger Faktor für alle nochmal zu verstehen, ist Nachrichten jetzt ein Faktor, um einen Aktionismus zu verfallen und speziell auch auf die Nachrichten zu warten und zu handeln oder nicht oder wie du das angehst. Von daher gesehen, vielen Dank für den Einblick an der Stelle. Stichwort Aktionismus, du hattest vorhin auch ein bisschen von Spaß gesprochen beim Handeln und dass man nicht einfach nur aus Spaß handeln sollte, weil es schlussendlich darum geht, Situationen im Markt zu finden, die ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis oder auch in die Effizienzen im Markt finden lassen und sehen lassen und dann entsprechend an dieser Stelle einzuhaken, um daraus einen Profit zu machen. Wie gehst du in deinem Trading-Alltag damit um, dich zu bremsen und Disziplinen an den Tag zu legen und die Disziplinen auch zu halten? Grundsätzlich ist das eine recht schwere Frage, weil es denke ich und das ist jetzt gerade das für die eher neueren Trader, wo ein Stück weit jetzt so eine jahrelange Erfahrung fehlt. Es gibt, finde ich, kein Rezept oder nicht wirklich irgendeine Möglichkeit oder eine Fähigkeit oder einen Weg, in den man Disziplin unbedingt reinbekommt. Also bei mir persönlich war es einfach eine Frage von Zeit. Je länger ich getradet habe, desto disziplinierter wurde ich, weil ich einfach mit der Zeit besser gelernt habe, zu wissen, was eine gute Situation ist, wo es sich lohnt, eben Kapital zu riskieren und was keine ist. Und dementsprechend habe ich natürlich eine mehr oder weniger klare Strategie, das heißt, ich möchte ganz gewisse Setups sehen, um einzusteigen in einem übergeordneten Marktverlauf. Aber an sich ist es was mit Erfahrung, dass es irgendwann kam. Ansonsten muss man für sich selbst halt einfach zu der Überzeugung kommen, dass der einzige Weg erfolgreich zu traden ist, auf sehr gute Signale zu warten, wobei das natürlich immer damit konkurriert, dass natürlich Trading was Interessantes ist, dass man vielleicht acht Stunden am Tag seinen Job nachgeht, um dann abends traden zu dürfen. Da möchte man dann natürlich nicht vom Chart sitzen und gesagt bekommen, du darfst nicht traden, weil es keine gute Situation gibt. Das heißt, man muss, glaube ich, oder in meinem Fall war es einfach die Überzeugung, dadurch, dass es anders nicht erfolgreich ging, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, wenn das hier finanziell, monetär erfolgreich sein soll, dann muss ich eben diese Disziplin an den Tag legen, man muss mir eben eine Strategie ausarbeiten und am Ende diszipliniert darauf warten. Es gibt nicht wirklich so einen Trick 17, der mir dabei geholfen hat, sondern es ist einfach die Zeit und die Überzeugung geführt hat und die Überzeugung wird am Ende des Tages disziplin. Ich denke, es gibt da nicht viele Wege, außer entweder sich eine sehr, sehr klare, fest definierte Strategie festzulegen, bei der man so viele objektive Regeln hat, dass man halt eigentlich nur Ja und Nein sagen kann und dann halt nur einen Trade machen sollte, wenn es ein Signal gibt. Oder man versucht halt diszipliniert zu sein und bei mir ist es eine Frage von Übung gewesen, je länger ich getradet habe, desto besser wurde das. Man darf Trading halt am Ende des Tages nichts als etwas anderes bezeichnen oder sehen, als dass wir hier Risiko managen. Stichwort Risikomanagement und Stichwort Strategie. Ich meine, du hattest ja gerade schon angesprochen, dass es zwei unterschiedliche Möglichkeiten gibt vorzugehen, sich zum Beispiel klare Signale auch zu definieren, wie dann wirklich so binär, ja ist ein gutes Signal oder nein, das ist kein gutes Signal, dann auch funktionieren. Bei dir hat man sehr stark gesehen, dass du vor allem auch Trendbereiche, Trendbewegungen und wirklich auch die Psychologie der Marktteilnehmer ganz gezielt ausspielst. Viele sagen, dass man da in dem Kontext auch auf Candlestick-Muster achten sollte. Bei dir waren das wirklich extrem viele Faktoren, von Pivot-Punkten über charttechnische Muster, wie vorhin so ein Keilösen Dreieck bis hin zu Umkehrkerzen. Was ist das Portfolio an Signalen, aus denen du auswählst und wie strukturierst du das einfach so ein bisschen zusammen? Kannst du da einfach mal nochmal einen kurzen groben theoretischen Überblick geben, neben den praktischen Beispielen, die du gerade eben schon genannt hast? Grober Überblick für mich, also ich sehe die Märkte als an sich nichts anderes als Marktplatz, wo sich eben Käufer und Verkäufer treffen. Das heißt, alles, was in den Märkten passiert, Angebot- und nachfolgetechnisch, sehe ich im Chart und ich kann an einem Chart grundsätzlich einigermaßen gut erkennen, zu welchen Preisen Märkte, also zu welchen Preisen wir uns schneller und langsamer bewegen, das heißt, wie sehr mögen Marktvernehmer Preise, wie schnell werden Preise abgelehnt. Das heißt, in diesem ganzen Rahmen bin ich ein Trendhändler, der grundsätzlich davon ausgeht, dass ich Trends fortsetzen. Und je länger man tradet, beziehungsweise je mehr Erfahrung man sammelt, desto besser sieht man Muster, die immer wieder passieren. Und da reden wir dann halt davon, dass wir Fibonacci's haben, dass der Markt immer wieder gerne dort dreht, dass wir gleitende Durchschnitte haben, die für einige Markternehmer gerade algorithmische Handelssysteme interessant sind. Und am Ende des Tages bin ich jemand, der ganz gerne immer ein übergeordnetes Marktbild haben möchte, weniger eine Range, sondern eher ein Trend, wo man sich in der Korrektur befindet und eben in jenen Korrekturen versuche ich ganz gerne Trades zu timen mit bestimmten Setups. Das können Ablehnungen von Fibonacci's sein, das können Fibonacci's sein, das können gewisse Formationen sein, dass wir irgendwo so einen Doppeltopf sehen, was dann gerne auch mit einer Candlestick-Formation abgelehnt wird. Es geht mir am Ende einfach darum, zu sehen, dass Markttainnehmer, und da geht es dann schon ein bisschen um Mikrokontext, das heißt, da muss man eher nah am Markt sein, es geht mir einfach darum, möglichst zu sehen, dass Markttainnehmer gibt, die gewisse Preise ablehnen oder dass wir schnell von Preisen weglaufen. Und das gepaart damit, dass eben diese Preise eine gewisse charttechnische Bedeutung haben, ist für mich dann immer wieder der Grund, in den Markt zu gehen und meine Stops dahinter zu legen und zu sagen, dieser Preis wird erstmal nicht mehr angehandelt und wir laufen in die Gegenrichtung, denn das Ganze eben in einem großen Kontext liegt, was ein Trend ist, der sich dann am besten für mich fortsetzt. Dann ist das für mich ein Trendwert. An sich ein ganz großes Thema, könnte man wahrscheinlich Stunden drüber reden, aber an sich bin ich jemand, der Trends handelt und das eben im Kleinen versucht mit mehreren charttechnischen Mitteln, das sind selten Durchschnitte, das sind Tivopunkte, das sind mit unter auch Kerzenformationen zu timen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Dass das ganz gut funktioniert, das hat man auf jeden Fall auch gesehen. Was ich immer wieder bei dir raushöre, ist der Punkt Erfahrung. Jetzt ist natürlich für viele Leute, die jetzt auch heute hier zuhören, die Frage, wie baut man diese Erfahrung effektivsten auf? Du hattest vorhin am Anfang schon gesagt, Echtgeldhandel versus Wettbewerb versus vielleicht auch Demohandel. Was waren für dich die Punkte beziehungsweise die Tools, um Erfahrung bestmöglich aufzubauen? Hast du Bücher gelesen, hast du Demo-Trading gemacht, wie bist du vorgegangen, wie hast du für dich die Lernkurve am stärksten und am schnellsten vorangebracht? Ich persönlich finde es eher schwer, so eine Lernkurve zu messen, das heißt, wenn ich jetzt selbst darüber nachdenken würde, in welchen Phasen ich das Gefühl hatte, am meisten vorangebracht worden zu sein, dann würde ich hier grundsätzlich sagen, es waren die Phasen, in denen ich die Disziplin hatte, ein Trading Journal zu führen. Liegt einfach daran, das wird natürlich immer gesagt, das soll man machen, aber wir alle sind ein bisschen faul, haben unseren inneren Schweinehund und jeder Proacte, der wird es kennen, man macht das dann doch nicht immer, aber ich für mich muss tatsächlich sagen, dass an den Punkten, an denen ich aufgehört habe, diagonal zu handeln, das heißt, an denen ich gesagt habe, okay, wir nehmen uns hier mal 1, 2, 3 Strategien mit 1, 2, 3 Setups und hören auf, die ganze Zeit einem hinterher zu laufen, was irgendwo beschrieben wird, sondern nehmen wirklich eine Strategie und handeln die durch und führen dann ein Trading Journal darauf und das waren eigentlich die Phasen, die für mich am besten liefen, weil an dem Punkt, an dem du eine Strategie hast, die du versuchst zu duplizieren und immer wieder im Markt anzuwenden, beginnst du das erste Mal in die tiefe Erfahrung zu sammeln und wirklich einzelne Märkte, Euro läuft andererseits im Grund, kennenzulernen, aber auch natürlich für dich selbst lernst du, Disziplin zu haben, das heißt, an dem Punkt, an dem du wirklich dich festlegst auf eine Strategie, das Ganze dokumentierst, Screenshots machst, das in deiner Exit-Tabelle, OneNote, was auch immer du als Trading Journal nutzt, einträgst und durch deine Gedanken dazu auch festhältst, das ist eigentlich der Punkt, an dem du nach einer gewissen Zeit, wenn du das dann für 1, 2, 3 Monate umgesetzt hast, einfach eine sehr gute Basis, ein sehr gutes Fundament hast, an dem du ganz gut lernen kannst, was du gut gemacht hast, was du schlecht gemacht hast, das gibt das erste Mal Feedback, dementsprechend würde ich an dem Punkt sagen, wenn es irgendetwas gab, was zeitlich mein Level geboostet hat und wo ich gesagt habe, ab dem Punkt lief es richtig gut, dann wäre das definitiv erstens Festlegung auf eine Trading Strategie, das heißt, man beginnt dann nicht jedem technischen Mittel der technischen Analyse hinterher zu laufen und irgendwie Trades zu machen, wenn man Trades machen möchte, sondern an dem Punkt, an dem man wirklich strategiert, die man umsetzt mit klaren Regeln und an dem Punkt, an dem man einen Trading Journal führt und wirklich beginnt effektiv aus der Fehler anzuwernen, das waren an sich die zwei Punkte, wo ich sagen würde, damit kannst du wirklich schnell lernen. Am Ende brauchst du natürlich immer Zeit, das heißt, innerhalb von drei Monaten sammelt man nicht Handelserfahrung aus zwei Jahren, das ist einfach so, man braucht eine gewisse Zeit, aber ich glaube, dass man, wenn man an sich selbst arbeitet und aus eigenen Fehlern lernt und dafür gibt es eben mit dem Trading Journal, dass man so die schnellste Lernkurve haben kann, würde ich sagen. Also ich höre auf jeden Fall schon ganz eindeutig hier, der steht auch nochmal die Disziplin raus, also Disziplin und Handel, das sind eindeutig Faktoren, die miteinander einhergehen. Den Faktor Trading Journal, den kann ich nur unterschreiben, tatsächlich habe ich das früher auch sehr intensiv gemacht und alleine die Tatsache, dass man sich hier nochmal hinsetzen muss, am Ende der Woche oder am Ende des Tages nochmal anschaut, was hat man eigentlich gemacht, das gibt dem Ganzen so eine gewisse Accountability, so heißen, auch wenn man eigentlich damit schon abgeschlossen hat, muss man sich nochmal aktiv damit auseinandersetzen, man muss nochmal reflektieren, weil man gegebenenfalls hier auch Entscheidungen getroffen hat, die eben nicht Teil des Plans sind, man muss sich dann wo sich selbst rechtfertigen, am besten ist es auch, wenn man an dieser Stelle nochmal jemanden hat, zum Beispiel eine Community, in der man sich auch nochmal austauschen kann und einfach nochmal sich anderen Leuten gegenüber rechtfertigen muss, die einen dann eben auch an die Disziplin erinnern, an den eigenen Plan, den man für sich gesetzt hatte, das ist auf jeden Fall ein Faktor, der hier extrem gut hilft, einfach voranzukommen, das ist ein bisschen wie sonst in der Schule, wenn man so gemeinsam was macht oder ähnlichem, das hilft einfach extrem, so komisch das an der Stelle auch manchmal klingen mag. Ich hätte an der Stelle nochmal kurz einen Punkt, an den ich einhaken möchte, weil wenn wir gerade schon von Trading-Journal sprechen, wenn wir schon von Analysieren des eigenen Handels sprechen, einfach vielleicht mal kurz an dich erstmal eine Frage, du hattest Teilausführungen immer wieder angesprochen, machst du die Teilausführungen manuell und dann dazu noch die Frage, würdest du vielleicht sogar besser fahren, wenn du einfach deine Trades, so wie du sie ursprünglich geplant hattest, einfach auch laufen lassen würdest? Hast du das mal für dich angeguckt, weil du an einer oder anderen Stelle auch gesagt hast, dass du da frühzeitig rausgegangen bist oder manchmal Trades auch nicht vollständig so laufen lassen hast, wie du das ursprünglich geplant hattest? Erstens zu den Teilausführungen, ich drücke, also ich erstelle an sich alle Orders manuell, gehe in der Regel auch mit einer Market Order rein, es kommt aber natürlich vor, dass ich sehe, dass ein Trade nicht sofort anläuft und dann kann es vorkommen, dass ich halt Stop- und Limit Orders in den Markt stelle, wenn es ein Stückchen gegen mich läuft, das heißt, da betätige ich mich dann schon von automatisierten Orders, weil ich jetzt den Markt in der Regel auch nicht jede Minute beobachte, wenn ich drin bin, das heißt, an sich erstelle ich meine Orders manuell, es können aber schon auch Stop- und Limit Orders sein, die, wenn der Markt ein Stückchen weiter für mich läuft, greifen oder wenn es ein Stückchen gegen mich läuft. Zum Trades laufen lassen und privat lasse ich deutlich mehr laufen, es war für mich wirklich in diesem Fall hier einfach so, dass ich keine Trades haben wollte, die weit gegen mich laufen, weil es für mich so ein bisschen die Zielsetzung, der Plan für diese Trading-Meisterschaft war eben 5, 6, 7 Trades, Momentum zu machen, die für mich in 2er oder 3er CAV werden, die dann eben gut skaliert vom Risiko her mir hier einen guten Zwischenstand bescheren könnten. Das war an sich die Idee. Dementsprechend war ich hier deutlich aggressiver. Es gab tatsächlich auch den allerersten Feld im Grund, den ich privat habe laufen lassen, den ich hier zugemacht habe, einfach weil es mir nicht genug war, weil die Ansprüche dann etwas höher waren. Dementsprechend, es ist immer eine schwere Frage, sowas wie Trade-Optimierung, weil man es, finde ich, gar nicht so einfach auswerten kann, weil da halt ziemlich viele subjektive Bestandteile drin liegen. Wie nehme ich einen Trade-Bar und ein kleines Stückchen, wie ist jetzt heute meine Stimmung und bin ich positiv drauf, negativ drauf und wie sehr glaube ich an die Trading-Idee und wenn man dann natürlich ein Stück vorne liegt, kann man sich nicht wegnehmen lassen. Es ist super viel auf der Psychologie in so einem Trade-Management vorhanden. Dementsprechend habe ich für mich gemerkt, dass das am wenigsten stressvolle, definitiv die Arbeit mit Teilausführungen ist, weil man eben so eine ganze Position laufen lassen, das erfordert schon immer etwas mehr psychologische Stressresistenz, aber ich für mich sage, ich möchte natürlich alles optimieren, aber ich finde es psychologisch gesehen am einfachsten, mit Teilausführungen zu arbeiten, wenn auch gleich es immer mal wieder Marktfassungsmomentum gibt, indem ich viel laufen lasse. Hier war jetzt für mich der Spielraum ein kleines bisschen enger, weil ich gesagt habe, im Laufkriegsetbewerb möchte ich eben keinen richtigen Minus-Trade haben und ein Teil davon war eben, wenn was nicht anläuft, mehr oder weniger schnell zuzumachen, weil es eben vom Risiko doch so hoch war, dass wenn da mal ein Trade länger gegen einen läuft, ja man hier doch ein kleines bisschen einbüßen kann. Dementsprechend war ich hier etwas mit kürzerer Leine unterwegs. Jan, jetzt hast du gerade ein Thema aufgemacht, über das das wir uns mindestens nochmals Stunden unterhalten könnten. Trading-Psychologie. Trading-Psychologie ist wahrscheinlich einer der essentiellsten Bestandteile, um langfristig auch erfolgreich handeln zu können. Schlussendlich muss ein Trade gemanagt werden, wir müssen mit Drawdown-Phasen umgehen können. Gleichzeitig muss man aber auch mit Erfolg umgehen können. Nicht übermütig werden, dann wird sich nicht zu hoch hebeln. Bottom-Line des Ganzen ist aber trotzdem so eine positive Einstellung, wenn man sich an den Markt begibt, weil du hattest ja gerade gesagt, dass du je nachdem, wie du drauf bist, auch ein bisschen anders den Markt wahrnimmst und entsprechend nachher auch eine reine objektive bzw. eine reine statistische Analyse von deinen Trades zur Optimierung gar nicht so einfach ist. Wie sorgst du dafür, dass wenn du dich hinsetzt, du auch ein positives Mindset hast, du einfach ausgeglichen bist, den Markt möglichst so wahrnehmen kannst, wie er auch ist und nicht mit zu viel Erwartungshaltung in den Markt reingehst. Hast du da vielleicht nochmal ein paar Einblicke, hast du da vielleicht auch irgendwelche Mechanismen oder Rituale, die du um deinen Handel herum gebaut hast, um da einfach dafür zu sorgen, dass du konstant gut auf einem hohen Level performen kannst? Grundsätzlich habe ich an der Stelle tatsächlich eigentlich gar keine Tipps und Tricks übrig. Für mich ist eine Grundträge, dass wenn ich mich nicht gut fühle oder wenn ich meine Gedanken woanders habe, dann ist es für mich ein Tag, an dem ich nicht wirklich trade bzw. es geht häufig damit einher, dass wenn man seine Gedanken woanders hat, dass man dann auch nicht unbedingt die Zeit hat, den Markt dauerhaft zu beobachten und dementsprechend bin ich jemand, der grundsätzlich nicht an jedem Tag tradet. Ich glaube, man hat es auch hier gesehen, ich habe ja auch mal zweimal vier oder fünf Tage keine Trades gemacht, weil es einfach für mich keine Chance gab oder weil ich gerade mit anderen Dingen beschäftigt war. Grundsätzlich ist natürlich Trading sehr ähnlich wie Sport, nämlich es kommt einfach darauf an, zu gewissen Zeitpunkten, im Sportbereich wäre es der Wettkampfzeitpunkt, der jetzt, wenn ein Profit-Grußballer einmal am Wochenende ist, vielleicht noch einmal unter der Woche, das heißt eher seltener, nicht so die hohe Dichte, zu einem gewissen Zeitpunkt auf dem eigenen höchsten Level zu performen. Als Trader ist das schon schwerer, weil man fünf Tage die Woche einen offenen Markt hat, an denen man jeweils zehn Stunden am Tag traden kann oder zumindest simple traden kann. Und natürlich ist ein grundsätzlicher Bestandteil des Trading, dass man jetzt nicht jeden Tag auf dem höchsten Level sein wird. Ich persönlich habe für mich keine wirklichen Tipps und Tricks herausgefunden, wie ich mich auf diesen Level bringen kann. Ich bin an sehr vielen Tagen sehr leistungsfähig, am Anfang bin ich es nicht und an jeden Tagen fähle ich es nicht. Das ist für mich der Umgang damit. Damit, langfristig zumindest gesehen, habe ich die besten Ergebnisse erzielt, einfach gewisse Tage zu meiden. Wenn es da jetzt aber irgend so einen Psychologie-Coach da draußen geben durfte, der da gewisse Tricks hat, dann würde ich mich da natürlich eines Tages wahrscheinlich aufs nächste Level bringen lassen. Aber ich für mich muss wirklich sagen, dass man einfach nicht jeden Tag leistungsfähig ist und die Tage, in denen ich es nicht bin, die meide ich dann einfach. Was das positive Mindset und die positive Herangehensweise betrifft. Ich habe den Glaubenssatz, dass man im Markt schlagen kann und das ist eigentlich ein positiver Glaubenssatz, der mich halt dazu bringt, da jetzt nicht mich hinzusetzen und zu sagen, dass mit dem Training funktioniert alles nicht. Ich weiß ein Stück weit, dass ich es kann, dass es in der Vergangenheit funktioniert hat und darauf baue ich an sich natürlich für die Zukunft auf. Das sind tolle Worte eigentlich zum Schluss gewesen. Wir sind auch mit der Zeit fast am Ende. Ich hätte gesagt, Jan, hast du noch irgendwas, was du von deiner Seite aus loswerden möchtest? Dann wäre das wahrscheinlich jetzt der richtige Moment dazu. Ansonsten würde ich dann nämlich gleich auch wieder einen Kiss zurückgeben. Deswegen nochmal kurz an dich, Jan. Gibt es noch was, was du noch einfach jetzt im Rahmen von dem Webinar nochmal sagen möchtest? Dann wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja, kleines Schlusswort. Was würde ich dazu sagen wollen? Grundsätzlich ist Trading was sehr Ernstes, weil es hier halt um Geld geht und weil man Geld verlieren kann. Ich denke aber, dass man mit einer ordentlichen Portion Arbeit und einer ordentlichen Portion Zeiteinsatz hier definitiv in gar nicht allzu langer Zeit erfolgreich werden kann, wenn man eben die notwendige Disziplin besitzt und wenn man das ernst genug nimmt, um sich hier dann gerne auch in einem Wettbewerb mit dem Besten zu messen und dann kann man, wenn man hier eben Disziplin, Arbeit und ein Stück weit die Ernsthaftigkeit hat, auch definitiv nebenbei Einkommen aufbauen und mehr. Man muss halt sich immer diese Disziplin und das große Ziel vor Augen halten und man hat es hier auch an ein paar Trades gesehen. Es ist möglich, mit wirklich sehr wenig, sehr viel zu erzählen. Perfekt. Dann Jan, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für die Einblicke, die du uns auch nochmal in deinen Handel gegeben hast. Wir freuen uns schon darauf, dich auch das nächste Mal wieder dabei zu haben und natürlich auch, ja, vielleicht auch in einem anderen Kontext nochmal mehr von dir zu hören. Dann an dieser Stelle nochmal von unserer Seite, von Seiten der Deutschen Trading Meisterschaften, vielen herzlichen Dank an JFD für das Bereitstellen der Konten, für den guten Support rund um das Event und auch den tollen Kundensupport, den JFD leistet. Nicht zuletzt, dass Chris auch hier heute uns nochmal die Möglichkeit gegeben hat, hier gemeinsam ein Webinar zu machen, uns nochmal gemeinsam den Handel von Jan anzuschauen. Wir können gegebenenfalls auch nochmal was Ähnliches mit dem Besten Risikomanager veranstalten, um auch hier nochmal die Gegenperspektive zu einem extrem performanceorientierten Handel zu bekommen, um dann mehr auch nochmal das Ganze von der Risikoseite zu betrachten. Ist auf jeden Fall eine tolle Zusammenarbeit. Ich freue mich sehr darüber, dass das so in der Art und Weise möglich ist. Dann noch was kurzes Organisationelles, bevor ich zurückgebe an Chris, die Traderboxen, die noch aussehen, die werden heute Nachmittag geschickt werden, sodass wir auch an dieser Stelle dann auch das Event Deutsche Forex Trading Meisterschaft 2020 zum Ende führen. So, dann Chris nochmal an dich zurück, an die JFD-Seite. Vielen herzlichen Dank nochmal und ich glaube, die letzten Worte, die gebühren dir. Wow, wow, wow. Danke, danke Julian und insbesondere auch großen Dank Jan für deinen Vortrag. Also ich kann nur kurz sagen, wahnsinnige Skills in deinem Alter, da war ich auf jeden Fall noch nicht so weit. Also das muss ich echt sagen. Also Hut ab an der Stelle und auch wirklich Gratulation zum Sieg und auch zu der wirklich graduellen Vorgehensweise. Also hast du wirklich viel Content vermittelt in dieser guten Stunde. Julian on the point auch, sage ich mal von der Zeit her, ist auch beachtlich. Also wunderbar, freue ich mich auf jeden Fall drauf, dass wir da noch was ausbauen können und auch werden. Klar, Risk Management, Jan hat es ja auch angesprochen, sicherlich ein Thema, wo wir sicherlich auch ein zweites Webinar starten können. Da könnt ihr ja direkt bei euch und den Teilnehmer nochmal nachfragen. Bin ich auf jeden Fall immer für zu haben, weil wie gesagt, Vermittlung ist uns wichtig. Wir leben davon, dass die Kunden erfolgreich sind und das ist genau unser Anstreben. Deswegen würde ich mich auch freuen, direkt mit Jan auch noch das ein oder andere zu vertiefen, weil das wirklich etwas ist, wo man eben auch von jemandem, der es praktisch bewiesen hat, obgleich Demo und Real, auch wieder gerade was die Execution Ausführung ist, dann immer zweierlei Welten sind. Aber grundsätzlich ist die Vorgehensweise ja hochgradig wichtig und da hast du uns heute richtig was mitgegeben. Und genau, JFD, schaut es euch an, was wir bieten. Wir sind sicherlich anders als viele andere in der Branche und deswegen die Qualität überzeugt. Und da bin ich mir sicher, dass wir da euch auch abholen konnten. Ich freue mich auf alles, was wir noch mit den deutschen Trading-Meisterschaften starten werden. Seid da alle auch gespannt. Da kommt sicherlich noch einiges mehr, weil es hat gut begonnen. Wir haben Jan nochmals als Sieger eruieren können, was ich ja auch nochmal wirklich huldigen muss. Bin gespannt, wenn wir dann nochmal eine Competition im Bereich Forex starten oder anderer Märkte. Jan, wie du dich dann schlägst, wenn du sozusagen hier dann die Serie fortsetzt, dann müssen wir uns wirklich was ganz Besonderes für dich einfallen lassen. Aber da gehen uns sicherlich die Ideen nicht aus. Insofern, kurz vor neun, jetzt eröffnet dann auch der DAX-Kassamarkt. Und für alle die, die dann schon gespannt jetzt an den Bildschirmen kleben, wünsche ich da einen erfolgreichen Handelstag, ohnehin einen erfolgreichen weiteren Fortgang im Trading. Und ansonsten will ich da das Ganze jetzt auch beschließen. Bedanke mich, wie gesagt, auch für die Teilnehmer, für dich, Julian, wie du das moderiert hast. Auf jeden Fall perfekt on the point. Und natürlich, der Protagonist schlechthin, Jan. Dann Gratulation als Abschluss für dich, auch von einigen Teilnehmern nochmal. Und insofern Happy Trades at all. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwo wiedersehen, wiederhören. Und insofern noch einen wunderschönen Wochenverlauf. Und in dem Fall gehe ich gleich auf. Eine Aufzeichnung gibt es am Top für alle Teilnehmer ohnehin. Und in dem Sinne auf bald und beste Grüße. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss.